Studium und Spitzensport zu verbinden ist wirklich eine Herausforderung. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich perfekt auf den Berufsentieg vorbereitet werden, aber gleichzeitig meinen Sport super ausüben. Nachdem ich mich entschieden hatte, nochmal ein MBA-Studium zu machen, habe ich mich schon oft gefragt, ob ich das schaffe kann mit meiner beruflichen Belastung, die ich habe. Am Anfang war es schwer vorzustellen, Familie und Studium zu vereinen, aber jetzt in der Zeit zeigt es sich auch schön, dass das gut funktioniert. Studiere neben Beruf, Familie, Handicap oder Leistungssport, darauf sind wir spezialisiert. Das passt einfach perfekt mit meinem Sport zusammen, dass ich in meinen Trainingslagern auch örtlich flexibel lernen kann. Wir passen uns also an die Lebenssituation der Studierenden bestmöglich an. Die Studierenden können ihr Lerntempo frei wählen. Von Beginn des Studiums an werden die Studierenden auf verschiedenen Ebenen persönlich und ganz individuell betreut. Die Laborphasen finde ich wichtig, weil in der Laborphase wird die Theorie einfach lebendig. Heute empfinde ich eine riesen Erleichterung, dass ich mein Studium gepackt habe, auch dank der vielen Möglichkeiten, die mir auch die Hochschule geboten hat und aus diesem Grund fühle ich mich einfach großartig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017